Sankt Simona-Strand. Da haben wir doch immer diese Plädter drin. Ja, ja. Können wir mal Jetskis haben? Das ist schön. Schade, dass man nicht gleichzeitig filmen und Bilder machen kann. Geht's noch? Nein. Oh mein Gott, schau rein! 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 I don't know about it. Hotel ganz im Urlaub. Warum ist man erfasst, das ist so schwer. Ich glaube, ich habe in meine Kamera. Und die Kamera ist mit meiner Hand. Nee, die andere. Ich habe zwei Mundstücke. Auf, 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 auf. Da gehen wir geradeaus. Ja. Immer geradeaus. Ah, hier ist der Strand, ich sehe schon das Wasser, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Nein, 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 nein. Ich dachte nur, nötig. Leute, was hast du denn? Was, Nona? Das ist nicht auch so. FG weniger. Was, Nona? Oh, echt. Ich bin schon nicht fertig. Nö. Ich hab gesagt, ihr kauft nur welcher. Nee, guck mal. Ich brauche unbedingt einfach. Ist mir etwas gefallen. Da gibt es eine Abstufung, muss man sagen. Mama, hier gibt es eine Abstufung, ne? Es gibt diese Einladung. Das heißt, wir machen, aber man hat es nein gesagt. Was ist das? Familienfahrrad. Hier kann man, wenn man ein bisschen Sport machen möchte. Kann man Familienfahrrad machen. Wenn man ein bisschen Sport machen möchte, hier kann man Familienfahrrad mieten. Wer dreht ihr das? Ich. Was? Was? Aber nie was gemacht. Was ist so Mist? Man sieht Geld aus. Ist es nicht teuer? Nein doch, nein. Wir haben Kämpfe. Wir haben Kämpfe. Wir haben Kämpfe. Ich? Ich. Ich mache mich nicht so unterhalten. W doomed ist aus dem Tor für lustige Dinge mach. Kannst du überhaupt noch Fahrrad fahren? Nee. Ich geh mit allen Fahrrad fahren. Guesses machen. Guesses. Nein, nicht mehr ein Fahrrad, denn jetzt weiß es nicht. Wie ist Affekte. Diese Abstufungen sind gefährlich. Abstufungen? Nein. Das ist ein Beinerschwecken. Aber keine Abstufungen. Ah, jetzt können wir holen. Das ist ein Bein. Das ist ein Bein. Das ist ein Bein. ... ... ... Das ist von Ghana. Was ist das? Von Ghana? Ja, das ist von Kulva. Das ist von Ghana. Was ist das? Was ist das? Oh, sorry. Was ist das? Spanisch? Pardon? Wir sind fast am Strand. Playa. Heißt das, glaube ich, auf Spanisch. Playa. Playa, Playa, Playa. Oh, was für eine Aussicht wird jetzt. Ja. Guck, Simone. Der erste Stand vor dir. Aber da kostet das bestimmt, weil das direkt am Strand ist, kostet das bestimmt viel Geld. Ja. Glaube ich. Schnell, lass das auf, wo die Bar war. Wir sind am Strand. Ja. Wir sind am Strand. Und es gibt noch sehr, sehr viel Platz, um sich hinzusetzeln. Wir brauchen keine wichtige Stühle. Papa, hier waren wir. Sehr viel Platz. Weiß nicht. Papa, Mama, hier gibt es Liegestühle. Kannst du dir holen. Komm, mach dich einfach heuer. Wir sind jetzt hier im Ottobach. Im Oktober scheint hier nicht so viel los zu sein. Wach mal im Baum. Im Oktober scheint hier nicht so viel los zu sein. Schatten? Ach, da hinten. Wie heißt hier dieser Strand überhaupt? Ich weiß auch nicht. Wie heißt der Pullover? Dein Pullover? Hast du? Hörst du? Leer de Pullover hier drauf. En holst du dein Pullover? Was du auf dem Boden legen? bands, du? Als 5-9 die so overkastelt.